Dann wollen die noch Ziegenmilch. Was? Cool! Jaaaa! Was denn bitte? Mosaik! Ist jemand aufgestiegen? Nee. Verzeiht meine Unhöflichkeit vorhin. Einige der Kinder, die ihr sucht, sind hier gestrandet. Ich habe sie gut versorgt, aber nun sollten sie mit... Jetzt, wo ihr alles... Die Orientalen scheinen die Kinder gut behandelt zu haben. Aber bestimmt fühlen sie sich in vertrauter Umgebung wohler. Nada. Äh, wo sind denn die Kinder? Aufgeladen und... Nach Norn! Ab damit! Brauchen wir nicht! Kinder sind... Nee, die Kinder sind cool. Also ich... Ja... Bin so... Zwischendurch... Kind. Ja. Und... Und... ...rinnen... Ranne... Und jetzt können wir eigentlich bauen! Wir müssen hier aber zuerst Ziegen fahren. Und dafür müssen wir wieder ein Kontor leider errichten. Können wir hier unten? Ist ein bisschen wenig. obwohl geht eigentlich dann sie zuerst mal die auch die noria die braucht drei und fünf also fünf holz und drei werkzeug dann baum er gewürze an fünf und zwei auch gar nix du mann ziehen wir brauchen die nummern noch sechs jährige brauchen die noch besitz wie glauben 440 jetzt haben wir holz genug besitz besucher das orient 50 ansehen wir bekommen 100 ansehen gast der beduinen scheiß was hier sultan werden wir wohl nie erreichen die noria ist jetzt startklar was grün werden oh sehr schön kann man lalala 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 wie weit geht denn das ding nicht so weit aber ist ja nur die kleine wie groß werden die große seien hier tausendmal größer oder wie die kleine loria ist ja schon sie mich so 3 4 auch schon bringen wie groß sind die große die ältere auch kinder kinder so da sind die kinder da an land bitte kann ich mal auf hier dann habe ich ja auch so habe sie ausgeladen ich will doch die so jetzt ist gegangen ich will doch nicht im wasser haben bitte als erstes sollen die kinder ich beobachte euer tun schon eine ganze ja danke dann müssen wir mal mit dem ja du kannst das schon noch aushalten hier zu dem herrn dann dann hätten wir das auch schon und hier das ist noch gar nicht so da kommt noch mehr komm komm da geht noch mehr grün ja da kommt schon noch so höre die grüne kacke dann gewürze können wir auch grad hier hin schmeißen davon dann zwei weil gewürze ausgezeichnet dort das eröffnet uns mehr möglichkeiten bei der suche nach den kindern ja das finde ich auch nee das brauchen wir so ran ihr seid nicht wie jene fremden die seit kürzem im reich des sultans für aufruhr sorgen ich habe daher beschlossen euch meine hilfe zu gewähren da danke ui 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 ii ich sollte hier wieder nur manen bauen ach so ach nie noch einer geht noch eine das holz alle hier ist mein schiffer und händige sie die bergwerk kann ich weiter nach oben doch so wohin soll ich mit dem ding hier hin oder was das ist da hinten gut spiel gesichert wohin willens der wieder ich habe gesagt da nach unten gehören einfach nie zu so 87 prozent das ist schon sehr gut in der wüste muss man sagen hier wird ziemlich geackert dann könnte man auch ja fünf holz sie mal an was wir brauchen holz 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 oder schiff geht schon langsam könnte man auch eigentlich handelsroute kontor von da auch da mit dem schiff welfenberg dort wird gewürze auf einen mitspieler gestoßen ausgeladen hier gewürze eingeladen und da würde ich sagen los es geht schon los ich bin hier der vorstehe und so wie ich das sehe geht es nur den sultan oder den groß wie sie etwas an was wo ist auch so hier ihr ansiedeln und es sieht mir gar nicht gut aus ein brief des großvisieren der großvisier befiehlt euch jedwede unterstützung zu gewähren aus dem abendland bei allah ja dann machst du es hat einfach ich werde mich dem befehl des großen hast gesehen wie wenn sie zur befreiung der kinder zehn tonnen werkzeuge fünf tonnen gewürze das haben wir schon gewürze wahrscheinlich noch nicht weil wir den kontor nicht vermuten haben muss doch einmal zu blöd sein und den kontor nicht mal verbinden die wollen täpische so die gewürze können wir gerade holen so man stoppen hier und sieben an der zahl sieben tonnen holz haben auch genug was krachen hier anbauen bitte geschafft eisen vorkommen haben wir da genug also 4500 42500 da da vorne ist mehr und die kohle brauchen wir auch nicht ich bin zwar nicht aber aber danke drei tonnen milch auf lager siegen milch wenn man so den informationen von ihr glauben soll ja ziehen nichts besonders holzer hier aber wir können hier noch nicht aufrüsten gut gewürzform haben wir für den ja alles hier wird gerade gemacht gefälscht und alles na gut was wollen die hier besitzt kriegt ihr noch nicht das ist ein diplomatischer rang wie viel normalen haben wir denn 400 das reicht schon lang du bist in uns einfach nicht geben also wie viel tonnen gewürze 55 tonnen gewürze 1 2 3 4 5 und du kannst los verdammt wo ist denn der most tiny holz haben wir noch nicht genug sagen wir verkaufen sehr viel eine produktion kommt zum erliegen ja ist logo steiner hat verkaufen holz und nehmen wir most gut je mehr leute hier leben desto mehr können bei der suche nach den kindern helfen das ist wahr mein lieber je mehr leute hier leben desto mehr können bei der suche nach den kindern helfen was ist denn hier los patrizia leinen konnten wollen die auch noch mehr das ist ja loko wenn die da nicht so viel haben rums und leinen konnten an sooo das haben wir jetzt da haben die 10 tonnen von vorhin hopp und was ist denn der unten gut dann haben wir die kinder auch wieder ein paar kinder heißen schmerzen da produziert ihr verdammt viel die rennen ja auch durch die gegend nicht wie bei uns laufen bis das abendland vergeht guck mal hier die rennen nicht die die laufen so haben haben zu wenig gut現 ab blbl ja ja Untertitelung des ZDF, 2020